hey leute wir spielen heute mal eine runde get down auf dem server revinside.tv ist es glaube ich im spiel muss geht es darum quasi wie bei jump jump hat es einigen von euch was sagt man muss probieren den boden zu erreichen und dabei in den spielmodus diese coin blöcke einsammeln denn umso mehr von den coins die man jetzt bekommt kann man sich dann später nach drei runden so runter springen items für pvp kaufen das war zum beispiel nicht so toll wenn man stirbt verliert man soweit ich weiß auch ein paar coins kann man auch gucken wie viel coins man hat und ich sollte das erste gewonnen dann kommen wir direkt mal in die nächste arena wir kommen in die nächste arena rechts sieht man übrigens auf welcher höhe man gerade ist das sind die blöcke diese ihre farbe ändern da bekommt man entweder einen positiven oder einen negativen effekt ich hab gerade überlegt ich hab gedacht ich hätte zwei mal positiv gesagt und ich sollte auch wenn ich hier nicht einfach drüber springen ja es sind alle schon zu hoch bisschen weil noch zu hoch oder schon ist ja auch egal das wird kritisch läuft doch einwandfrei gucken und ich bin noch mal um kann mit am weitesten unten so jetzt erstmal absorption und regeneration effekt bekommen aber das ist halt der absorption ja wenn man sich nicht sicher ist fuck 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 das war jetzt ziemlich scheiße das was ist denn falsch warum warum springe ich da einfach zweimal runter okay jetzt wieder einer gewonnen können wir einfach ein bisschen rumspringen weil wir keinen schaden mehr bekommen so dann kommt jetzt die dritte und letzte map steinwürmer dann hoffe ich mal dass ich da nicht so dumm verkacke aber guck mir mal ich sollte eigentlich schon gut coins haben ja ich hab mit am meisten coins wenn ich das richtig gesehen habe den ignoriere ich einfach das ist mir zu kompliziert da dran zu kommen ja und das ist ein anderer aspekt an dem ich momentan gar nicht gedacht hab denn man bekommt auch coins wenn man leute runter schubst gehen wir mal ein bisschen aggressiv ran muss mal ein bisschen leben regenerieren mal ein bisschen umgucken was ich denn so finde an die blöcken ich glaub auf dem map abschnitt mir hätte ich jetzt auch nicht allzu viel reißen können wobei ich sagen muss das ist das erste mal dass ich den spielmodus auch selbst spiele daher bin ich auch gespannt wie es so wird gibt es hier überhaupt noch ich sehe keine kolmglöcke mehr das regt mich voll auf ich riskiere jetzt einfach diesen sprung ja das war auf jeden fall ein sehr unverständliches risiko ich muss mal kurz hier hoch in die ecke so ähm ich hab 390 dann geh ich mal hin das darf sein direkt nochmal ins pet rüstung so das passt ja an sich das ist zwar nicht das beste aber kommt mit meinem geld eigentlich ziemlich perfekt hin außer die zwei kann ich irgendwas wahrscheinlich nicht ich werde mir ein steak kaufen daran hätte ich auch schon früher denken können dass ich noch was zu essen brauche aber das geht ja mal gucken wie sind die leute denn so ausgerüstet aber ich bin auf jeden fall nicht schlecht ausgerüstet und dann geht es jetzt los mit dem pvp schön aufpassen dass man nicht von hinten abgestaubt wird sie hat ein eisenschwert und einen bogen das heißt den werde ich natürlich gerne haben da steckt sich wer hinter mir das ist nicht so toll nach dem app zu ende ist es auch nicht so toll aber zum glück bekomme ich einen regenerationseffekt anscheinend nachdem jemanden getötet hat natürlich sehr praktisch das war auch noch relativ einfach sind auch sechs spieler im spiel ich sollte dringend jemanden der irgendwas besseres hat als ich besiegen komm 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 das war das war hätte ich nicht riskieren sollen steht im chat wie viel leben hat er noch was er hat noch acht herzen okay ich bin noch ausgang dass der weniger leben hat aber egal wenn es euch gefallen hat und ich das öfter bringen soll schreibt mir noch in die kommentare ich glaube die tage bringen auf jeden fall noch mal eine folge davon bis zum nächsten mal ciao ciao ciao